Ich nehm mal kurz hier, wo ich deine Rolle... Wo bin ich eigentlich? Womit fangen wir denn an? Machen wir ihn jetzt, A oder B? Einfach direkt auf B drauf. Ich hab mich jetzt einfach auf B eingestellt. Ich hab halt richtig einen Scheiß zu spawnen, aber halt wird schon. So ne mit flächen und sprayen. Flächen und sprayen. Flächen und sprayen. Ey, wieso leckt das denn so heftig? Ich hab' nicht. Aber guckt... Ey, auf so einen Verbind hab' ich jetzt schon gar keinen Bock. Weiß ich heute sonst nicht rum, aber das war richtig krass, oder? Ich konnte nicht geradeaus laufen so flüssig, weißt du? Das ist mir so seine Welt, so ne lecker Leitung. Leckt das bei dir auch so? Oder bei irgendeinem noch so heftig? Das war bei mir ab und zu, aber wir misst das immer so. Ja, ne? Ja, genau. Wohin gehen wir denn? A oder wollte es auf A gehen. Aber auf der andere Seite. Ich würd nochmal auf B und den nächsten auf A. Krass, eigentlich bin ich gerade auslaufen. Der Firework lässt mich einfach alleine. Der Firework lässt mich einfach alleine. 14 noch. Die Rücken habe ich angefangen. 3 noch. 2 noch. Ich bin hier, ich bin in der Mitte. Der hat mich alleine hat. Ich geh BOMBE, ne? Mach das. Ich bin nix, nur dass er jetzt nicht weiß, wer hier am Fernsehen ist. Ey, ich ruf dich später an, wenn das vorbei ist, ja. Tyrek, sag mir bitte nächstes Mal, wenn du anders hin gehörst. Bombe, 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 Bombe. Wir fahren schon vorbei, da oben, oder was? B wieder, oder? Gibt's mal Frau auf den Leiden? Nein. Der Leckchen ist einfach zu scheiße bei mir, Mann. Ja, nicht nur bei dir. Aber Tyrek sind's Bluewashing und ich mach da mit, oder? Das ist great. Ja. Bombe, ah. Der Leckchen ist übertrieben scheiße, Mann. Ja, die ist echt scheiße, Mann. Bestimmt der Rampage-Holstein, die das kann man bauen, ne? Ja, das muss man doch nicht machen, weißt, das ist erstens so ein Fun-Savie. Da könnte aber einen Hose machen, der Fun-Savie gleich kam, halt. Gibt doch bestimmt irgendeinen. Wir gehen ja jetzt auch fahren, ne? Ja, ja. War das denn los? War das denn los? Wir gehen jetzt auf die andere Bombe. Völlig was? Ja, hast du. Ja. Merzau, Merzau, wo guckst du? Oben. Ich leg den Claymore an. Ich hab die Bombe. Oster. Oben, bei denen ist einer oben. Ja, der ist oben. Ja, der ist oben. Habt einen. Hier einfach. Wenn die Speise. Einer kommt jetzt unten bei uns. Einer kommt jetzt unten bei uns. Einer ist am Zug bei A. Schön. Kann ich legen? Einer nur noch. Einer ist hier im Zug. Das dürfte man eigentlich gar nicht zeigen. Aber, naja, egal. Ich hab mal ein Kill. Das ist alles, was steht. Wer ist der Mann? Noch mal auf die Bombe. Nehmt euch die Bombe mit. Nehmt euch die Bombe mit. Nehmt euch die Bombe mit. Ja. Einer oben. Boah, sorry, sorry, sorry. Einer ist bei denen hinten am Spawn oben drin in der Brücke. Sorry. Oh mein Gott, ich bin so scheiße. Wie weit seid ihr da bei der Bombe? Einer unten weg. Einer unten weg. Ja, aber ich bin. Ich hab einen hinten. Ich brauche mir liegt gleich. Wir müssen uns aber noch so hinstellen, dass wir sich auch verteidigen. Von der Brücke. Von der Brücke. Von hinten. Ah, ich schick mir nur ein Assist. Oh mein Gott, ich schieße daneben. Also schlecht. Du hockst da oben auch. Dann sagt er schon fast flasht. B. B. Ja. Wohin jetzt? B. Auf B. Ja, du musst da an mir vorbeidaufen. Was soll ich machen? Ja, was soll ich machen? Ah, schlecht von mir. Den muss ich sofort holen. Ich drehe mal diese Frage. Gibt's das? B. 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 Na? Da ist ein Bus, na? Wer sitzt der da? Hoffentlich saß der da nicht die ganze Zeit. Das wird los. Oh, 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 oh. Das ist nicht so schlecht. Okay, A. Jo. Hast du das A? Probier ich noch mal? Ja. Ja. Was war's noch mal? Sonst werden blockiert durch den Sniper. Der läuft aber auch lang wie den Sniper. Der ist hier. Der wird in die Bank gehen. Ich meine, die Posi ist einfach noch unten, mitten, unten. Na so, na so. Ja. So, das ist hier. Das ist richtig. Guck mal, sie sagt, das ist viel. Das ist ein Geld. 15 Euro, oder was? Voll viel. Ja, was soll das heißen? Warum hast du das noch nicht überwiesen? Ja, dünner, aber backen mit Reis. Läuft. Und Salat. Du hast Döner überbacken mit Reis. Boah, kennt ihr nicht Döner überbacken? Eigentlich mit Reis. Doch, das schmeckt. Das schmeckt. Schmeckt endgut. Also das ist halt mit so Dönerfleisch überbacken mit Sahnesauce und Käse und dazu Reis. Endgut. Ja. Ja. Das sind 5.000 Grad, dass der Reis schmilzt. Ja. Boah, Alter. Da kann man ja blasen. Ja. Ja, und dann noch brauchst du. Na so, was ihr jetzt nachsteht. Wie wird's denn? Wir müssen jetzt langsam mal wieder ein bisschen ernst machen, Jungs. Na so, ich dachte, dreimal unten am Zug. Und dann so hoch. Und dann so hoch. Wo denn jetzt? Wo denn jetzt? Oh. Dann brauchst du die Vorstellung. Mhm. 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 Pfff. Du bist da? Du bist da. Du bist da. Ja. Ach Junge man, warum kriegt denn da keiner tot und fuck mich was sagt man? Ja, weil da alle warten, weil keiner abmacht. Du fährst einfach durch. Das ist ja unser Last of Us. Ist schlecht. Wie hättest du in Call of Duty Last of Us? Ja, das ist die beste Version. Call of Duty Last of Us. Das ist der Last of Call of Duty. Das Team jetzt, das gewünscht wurde und wir dieses Team hier halt spielen und deswegen muss ich Call of Duty spielen. Du hast dich wirklich nicht da unten, Crysis. Den Merser wieder mehr Sana als alles andere. Wahrscheinlich sind schon wieder zwei Gegner hinter ihm. Da war doch einer, oh mein Gott. Dann gehen die Brunnen los. Ich schieße mal erst und dann fängt er ins Zielen. Irgendwie ist mir aufgefallen. Auf geht's. Früher mit zwei war auch nicht schlecht. Ja, mit einer Farmers. Nee. Nee. Ich bin nicht sehr dünn aber backen. Was machen wir als nächstes? Also bei B habe ich ernsthaft ein Problem mit dem Typen, der da steht, wo der Merser grad hinzieht. Tobi war mal tauschen. Weil er frisst und frisst und frisst und frisst und frisst und frisst und frisst. Tobi war mal tauschen. Tobi war mal tauschen. Tobi war mal tauschen. Nee, also aktiv bin ich jetzt noch ein bisschen schlechter. Nee, ich bin in der Mitte und Spray da lang. Ja. Ja, wohin jetzt? Ich versuche noch einmal und dann, wir gehen auf B. Ich versuche noch einmal und danach können wir gerne tauschen. Jetzt brauche ich natürlich hinten. In der Mitte wascht immer einer entgegen. In der Mitte wascht immer noch ein bisschen. Du, Kaffee. Ja Eine Pum Pum Ja Hier gibt noch Warnschüsse ab Achtung, ich bin jetzt Achso Wieder B, ne? Okay Erst wenn jemand was anderes sagt Was anderes Was anderes Harte Schlepp Keinen Stanz reingebaut Achja Meine Fresse, man! Wieso kommt der denn überall durch, man? Tja Ich hab keinen Bock mehr, Alter Ich hab keinen Bock mehr, Alter Oh, was ist? Ich hab keinen Bock mehr, Alter Ich hab keinen Bock mehr Nein Oh, was ist der denn? Achy, nix! Sieg Zu wenig Ich hab keinen Bock auf diesen Hostel Christus ist holen Der Ramping zieht dich nur, aber eher Hostel Der Christus ist aber holen Na Christus ist zuhause Na Christus ist zuhause Der Christus ist zuhause Der Christus hat als Hostel Ramping Na ja Der war nicht die Scheiße Egal, jetzt mal durch Aber jetzt einfach easy to last und so Na komm, dann weiter Und wie gemacht denn? So lange keiner was anderes sagt Immer weiter auf B Cool Das war dann mal ne Ansage Hey man, das ist Das ist behindert, alter Ja Ey, wie schnell ich frei den immer oben fahle Das ist so nix Ja, dann gibt's da noch einer Ja, dann gibt's da noch einer, ey Ja, dann gibt's da noch einer, ey Irgendwie Rampage So, jetzt reiß dich mal zusammen Wir haben doch am Anfang dominiert Penis wie jetzt schon fast T-Rex T-Rex, mach der geil, alle wieder T-Rex, du disappointest mich jetzt aber Und weiter geht's weiter, punkte noch, punkte Ich bin nicht ganz klar. 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 Also hinter die Mülleimer woher gerade weiß er jetzt schon mal nicht. Hier ist einer hinter dir. Hab den. Ja. Ah, sie ist durch. Keiner wollte durch einen Zug. Hab ich. Keiner noch. Keiner noch. Da ist noch einer Gleisel. Einer noch. Hey, yo. Jo. Komm, ziehen wir jetzt auf A durch. Ich bin nicht weg. Nur weg, der muss ja stehen bleiben. Hab ich auch gewundert. Er hat aufgekriegt schon. Oh, der muss ja stehen bleiben. Hab ich auch gewundert. Er hat aufgekriegt schon. Auf, auf, hinter ist. Auf, hinter ist noch. Da müssen noch. Mit der Lüge dann an, bitte. Woher sind die schlecht? Hier. Hier noch. Hier noch. Nein, unter dir. Es ist hochmehrer. Unter dir. Unter dir. Einer hinten weg. Der ist hier auf den Reisen. Der ist tot. Meinst du, der stirbt, Alter? Will der mich verarschen, oder was? Zwei Maschine eingehalten, der Otto da hinter dem Müll einmal. Guck mal, wie er jetzt zu meinem Haarum fällt. Oh, wow. Dich ganz Call of Duty einmal bitte wieder. Jetzt schreibt der Rampage mir mega lag bei denen. Jaja. Der schluckt doch genug, oder? Der schluckt doch genug, oder? Der schluckt doch genug, oder? Der ist direkt wieder. Der war auch bei mir in der Bude drinnen. Hier noch. Einer war hier oben bei mir gucken. Hinten kommt noch einer. Einer hinterläuft. Einer weg. Einer weg. Und runter. Ich denke, der ist nicht stirbt, Alter. Ich hab voll auf den Eingeschossen. Jetzt müssen wir ins Verteidigung ein bisschen in den Arsch beißen, aber würde schon gehen. Ja, jetzt hat der mega gelaggt bei denen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal einen Host wechseln. Vor allen Dingen beim Rampage hat der viel gelaggt, aber. Der Rampage hat einfach mal 17 zu 9, aber bei ihm hat ein paar gelaggt. War mir jetzt auch gelaggt, Alter. Ohne Wicke. Wie, du spielst mit Game On? Auf immer wieder. Guck mal. Komm, komm. Weiter geht. Acht. Guck. Wann. Guck. Wann. 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 Das war ja, den juckt. Ich muss kein Brot fahren. Die Zeit. Ich bin gespürt. Ich... Ja, und der killt mich von oben, genau. Also, mit dem Stand hat anscheinend funktioniert so viel Fits, wie ich hab. Ja, ich hab auch zwei drüber geworfen und glaub, ich glaub, ich... Guck mal, wie viel die abbekommen haben beim Tyring 15... ...und dann ist gleich... Er fährt alles schwarz, der ganze Boden, ne? Wow. 1,2,3,4,5 wandert, krass. Pfff... Guck mal, für Taktik was geschehen. Was ist denn, Jungs? 7 brauchen wir, 8 wollen wir. Ist doch gut, ist meine Zauberleitung. Du hattest ne rote auf, ne? Ah, schon wieder, es ist ohne Ende. Geht er nicht still? 2 noch. Die Slack sagt er und tötet 5 Leute. Ich hab das jetzt nur als höchste. Ja, geht dir alles mit Wissen. Ja, du musst rausgehen, bis das ist ein CV. Verfehlen geht's. Ja, Tobi, ich bin besser wie du, ha. Ach, boah. Ja, weil... Ich bin ein Claymore-Suchgerät. Ich bin ein Assist-Gerät. Vor allem, weil auf B gibt's übelst ab, ne? Auf A, Mensch. Ich hab hier so einviel zu tun. Ja, ich hab bei A geflasht. Ich glaub, die kommen A. Ja, die kommen A, denk ich auch. Ich mach den Claymore kaputt, weißt du? Einer durch den Zug. Einer weg. Hab ich auch. Ich hab den Zug. Ich bin ja alleine. Deiner. Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Auf meiner Seite. Ich schieß den Tausend an, der fällt nicht. Ja, aber drei Leute. Ich hab mich umgedreht, als die Merser gesagt hat, da kommt einer durch den Zug. Ich hab einen da geholt. Dann dachte ich, okay, die tötest du dir an meinem Zug. Und der hat den Zug dann wohl zu dir hochgekommen. Nee, ich hab ja aus dem Fenster rausgeguckt. Doch, haben wir waren hinter dir. Magic. Ja, war ja schon. Ich hab schon tot rumgelaufen. Wollen wir auf, jetzt alle B? Weil da nix zu tun ist. Das ist noch ein Widerfahrer. Okay, wir. Zweimann, hier. Einer kommt hoch zu dir, glaub ich. Ey, ich krieg nur ein Fist, ansonsten nix. Der Parafall am Abgehen auf einmal, der Crysis, die gönne ich dir nicht. Mit dieser da sterb ich. Boah, diese Nate. Und was denn? Ich, ich wollt' dich... Ich wollt' dich nicht mehr fahren, weißt du? Ah, meine Dinge kissen mich. Tobi, lass mal wieder dein breites Kreuz aus dem Weg nehmen. Ich hab die ganze Verlust... Du kriegst gewinnt. Ich komm's höher hier. Ich hab wieder was geflasht. Oh no. Oh no. Oh, Füffel. Kenne! Durch den Zug. Hab ich. Warum? Warum? Warum liegt immer noch bei A? Warum? Why? Du weißt, da hängt er mir vor der Waffe lang, ich kann den Gegner nicht, ich bin von einer Note abgerutscht. Guck jetzt, mit Daumen abgerutscht. Oh mein Gott. Mit Daumen abgerutscht, Alter. Naaah. Das ist natürlich ganz stark, als sonst gab's. Mit dem Kipp kommt doch keiner. Geht nicht. Nach oben. Wir sind oben vom Fahrrad. Auf der Kamera beim Heimann. Eingem 8, und dann macht ihr Wün ja. Ähm, wenn ich dann bei dir unten an die Leiter gucke, kann ich den Zug nicht schützen. Das heißt, da kann ich keine Claim-Monsignal machen? Langsam. Ach ja, lass mich aufpassen. Die sind echt gut, der hat fast immer Angriff. Die greifen souverän an, würde ich sagen. Wieder geflasht. Das ist vielleicht nicht die ganze Zeit. Geh mal hoch, nach Akku. Hab ich. Was machen wir noch unter den Schiff? Das ist ja peinlich. Was? Ich hatte vorher meine Pistole mit Hut. Ja, natürlich. Natürlich. Du möchtest die Messer. Sei ernst. Ich achte mal, wenn das Messer nimmt. Ich habe auch keine Waffe. Der wollte die Kugeln abwehren. Ey, Para sagst du, ich flasche dich die ganze Zeit? Nein, Tyrex hat er gesagt. Tyrex labert. Was? Du, du sagst nicht flaschen, wenn ich an dem Haus bin. Wieder die Flasche, das ist wieder los. Durch den Zug! Zug Ah, wieder ein Assist, sehr toll Einer ist im Zug Einer ist im Zug Ja, ein bisschen Irgendwie gar nicht so Ah, der 6 hat ja 07 07? Ja, das gibt gleich Fotos Hat mir was Fotos gegeben Alter Das will ich zur Maschine bin Ich lass den immer noch auf den Chancen Naja Naja Damit keiner die Bombe kriegt Der ist so schlecht, der ist einfach so schlecht Der muss noch viel lernen, der Junge Absatz Ich fremd dazu Wo Gott Hat Oh Das, Wie lange hat das gedauert? die das war vergewaltig ich will jetzt trotzdem einen rauchen nein nix nix nein ich will einen rauchen klärt wer ja unhostet oder ob ich bleiben soll ich weiß nicht nein die hostet ihr